Das ist Rap-Soldier. Das ist schlimm, da hatte ich auch schon beef, Junge. Was? Da hatte ich schon beef, das ist gut, wegen Musik. Ja, da will ich's nicht machen. Ich hab irgendwie keinen Ton, Alter. Boah, du Hund! Da musst du irgendwie was einblenden, oder so ein Meme, wo jemand runterfliegt. Mach Gibby, kennst du Gibby aus Alkali? Nee. Das ist auf jeden Fall so ein Charakter, und da gibt's ne Szene, wo der so richtig tief runterfällt. Ja, ich muss schauen, ob die ich dir dann so downloaden kann. Warte, ich schick dir einfach mal das Original-Video, dann mal auf YouTube. Oh, das ist meine Lieblingswelt, Alter. Nein! Hey! Und schlägt keine Polizisten, ja? Hä, ich hör aber irgendwie, warte mal kurz, ich hör irgendwie keinen Ton. Jetzt hör ich wieder Ton. Ja. Wo bist'n du jetzt hin? Oh Gott, das ist so ein Wasser. Wo bist du? Ja, irgendwie hast du nichts gemacht, das ist schon oben in der Sonne. Oh, ich seh dich. Ey, komm mal da runter. Oh, Junge, du guckst. Nee, lass mich immer. Oh, Junge, wie das dann aussieht. Junge, ich mach's los. Ich mach's los. Ich mach's los. Tschau. Tschau. Nee, wie fällt das an? Ich komme. Ich geh das Ding mit. Oh, oh, Scheiße. Oh, nein. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Nein, nein. Oh, nein. Nein. Ich mach's los. Ich mach's los. Ich mach's los. Was? Ich mach's los. Nee, ich schaff's nicht mehr. Ah, hier hinten ist das. Absolut. Naja. Klar. Vor allem, ich guck auch manchmal so Videos an. Von PewDiePie, der hat ja schon 2014 gespielt. Alter, sie gespielt ja noch aus, Junge. Muss ich da echt mal geben. Leuchtturm. Oh, nein. Die Map passt sich auch, weil sie so klein ist. Oh, warte mal. Ich hör echt keinen Sound, irgendwie, wenn ich die schlage. Oder so. Effekte. Alles ist auf Null. Nein. Oh, jetzt hab ich hier auf Nein gedrückt. Warte kurz. Komm. Ich muss gleich eingreifen. Der klettert da erstmal hoch. So, jetzt. Hey. Oh, Scheiße. Er kommt da auf einmal runter. Wow. Wow. Ich kann nix mehr auf mein Video. Ja. Den wollte ich grad auch aufheben und auch unterstmeißen. Das hat aber eben nicht so funktioniert. So, jetzt kriegst du gleich Rombo-Combo, Junge. Werbetafel. Nein, da ist Rick Astley an der Werbetafel. Lass einfach mal an der Werbetafel. Lass einfach mal an der Werbetafel. Oh, wie ich grad auf dir drauf lag, Alter. Nein. Nein. Engseh dein Arsch. Engseh dein Arsch. Ich will ja auch mit einem Wein halten. Ey, kennst du dieses typische Falzen zu wegen, wenn da irgendwie sowas dick ist oder so? Blend das ein bei der Szene, Alter. Ja, genau. Weißt du, ich knoch dich so aus, aber ich spiel's runter. Oh, das ist geil. Da müssen wir mal in der Luft fliegen, ne? Wenn du startest. Mach den I believe I can fly. Boah. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich hab den Trick gegeben. Kriegen wir mal mit. Ich bin... Ich hab den Boden. Ja, ich hab den Boden. Ich bleib mit dem Boden auf dir. Boah. 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 Du lebst doch. Du lebst doch. Nein. Ich bin einfach runtergerutscht. Und tschüss. Warum bin ich da nicht... Mein, er ist einfach runtergerutscht. Ich hab weggeflogen. Oh, Aufzüge. Wehe, du machst es oben weg. Wehe. Nee, mach das nicht. Ich will mit deinem Kopf... Mit deinem Kopf die Scheibe einschlagen. Nein, du schlägst nicht immer in deinem Kopf die Scheibe. Aaaahhhhhh. Mu keine Schritte. Leih. Wehe, du hast es verk Bloßball Metalik. Ha ha. Ha 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 ha. Aufzoo Br? Ja, aufzoo Brins. Junge, Hauptsache, ich halte dich da noch fest, Alter. Ja, Junge, Hauptsache, ich habe mich immer Angst, dass es nicht falsch ist, glaube ich. Der hat mich ja auch gerade innen. Boah, Junge, ich hasse die Trophäe, wo du halt gegen die Schule springen musst. Ich habe hier 100 Prozent, aber. Ich auch, aber die habe ich so kass, die Trophäe. Nein. Gib mir mal deinen Arsch, der. Oh, wieder einblenden, ja? You spin my head right, spin me right round, baby, right round, like a wrecker baby. Geh mal weg hier. Oh, oh, ich habe es dir aber so gegeben. Ich habe dir fast noch über den Kübel gesprungen. Ich habe dir voll gegen die, voll in die Nuts reingeschlagen mit meinem Kopf. Oh nein, Taddeus. Taddeus ist in Taddeus. Warum die kriegen hier runter? Nein. Ich lasse ja mal eine Bank hier runter. Hier. Ich gehe da einfach nicht runter. Ja. Ja, weil ich da bin. Na ja, gländer deinem Argo. Welcher, ey. Nein. Ah, da kommt Taddeus. Ist das nicht runter? Du hast recht hier nicht runter. Wie immer bin ich da unten als bei Taddeus Temptakel. Boah, Alter, weil ich da nur geschlagen habe. Oh nein! Oh nein, das war's mit mir. Ich ertränke dich da im Wasser. Oder ich opfer dich. Wie bitte? Wie bitte? Was ist das denn? Wie hast du dich daraus befreit, Opa? Oh, ist das nur was? Nein! Nein! Oh! Oh! Nein! Nein, 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 nein! Lass mich los! Findest du nice, dass du mir ein Karton schlagen hast? Ich aber voll auf der Bank gelandet bin. Nein, lass mich los! Hallo! Wie geht das denn? Nein! Ja, tschüss, Mann! Nein! Wie er da hockt! Was? Dümmste Runde ever! Ich opferne dich an Kadeos Tentakel. Wir nimm den mit. Nein! 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 Ja! Kommt nur darauf an, wer länger überlebt der her wie ich. Ja! Ja! Was? Wie kannst du dich daraus befreien? Wie geht das? Hä? Wie kannst du dich daraus befreien? Hä? Wie kannst du dich daraus befreien? Ja! Er springt sogar schon selber. Hör auf mit deinem Scheiß! Oh! Er fliegt einfach! Junge, was? Wie fliegst du? Ja, da fliegst du jetzt runter. Ich hab's nur gehofft, dass das passiert! Aber vor allem, wie geil! Da musst du den Gibi einblenden, Marlon! Das passt so gut, ey! Ich sag's dir! Junge, aber ich hab mich doch noch gehalten! Wie viel Scheiß hast du? Ja, ich geh direkt mal hier rauf, bevor ich hier gleich elendig verreck! Du kommst nicht mit! Oh! Boah! Ob das hat mich noch ausgenocktes Ding? Hahaha! Einfach von Zug überrollen! Oh! Oh! Nein! Oh Gott! Da bekommt man ja auch ne Trophäe, wenn wir da ganz hoch sind, was? Ja, das ist aber easy! Möchtest du lernen, irgendwie zu schwimmen? Du blöder... Das nervt mich echt! Wenn ihr sterbt, dann mit dir, ne? Ja! 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 So ziehst du das ganze Ding mit! Warum bin ich jetzt gestorben? Warum bin ich jetzt gestorben? Das ganze Ding! Ey! Geh da mal die Treppe runter! Nein! Die bricht ein! Nee! Das wurde gefixt jetzt! Hör auf mit dem Scheiß-Tritt! Ja! Ja! Wow! Uncharted 5 liegt Gameplay, Alter! Ey wir haben grad ne Szene aus Uncharted 5 geleakt, Marlon! Die Feinde ist rechter oder wie? Ja! Na klar! Oh! Nein! Wieso bin ich denn ausgenaukt? Du blöder Arsch, ey! Erhoff, wir sind im Schleif! Hallo! Es nervt! Ich kann nicht mehr aufstehen! Na, geh weg! Oh, nein! Ich komm hier nicht mehr hoch! Hallo, geh doch wieder da nach unten! Nein! Na ja! Nein! Nein, nein! Lass mich doch hier auch mal oben! Hallo! Ich steh doch wieder auf, du Sack! Nein, geh weg! Ey, ich bin endlich wieder oben! Nein! 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 Warum macht meiner nicht mehr auf? Hallo! Ich mach dich mehr auf! Du, geh weg, Alter! Da liegt schon wieder der Hut weg! Ja! Nein! Geh weg, du blöder gelber Opa! Geh weg, du blöder gelber Opa! Lauf! Junge, weißt du, ich durfte die Hälfte der Runde nicht mehr hoch! Weil du mich ständig ausgenockt hast! Ja, ja, ich fühle es nicht, wenn du oben bist! Warum nicht? Weil ich alleine oben sein will! Oh nein! Squid Game! Nee, das ist eher Saw! Dein blöder Kick, ey! Geh weg! Komm mit runter, du Opa! Du bist schon Kramer! Was mach ich da? Geh jetzt runter! Ja, ich chill dir hier drin! Mann hat irgendwie kein Interesse, hier rauszukommen! Komm doch mal raus! Ja, klar, komm ich nochmal raus! Ich bin im Korb, ich komm überall raus! Der Hut, Alter! Jetzt hab ich den Hut endgültig zerstört! Nein! Wieso flieg ich da voll wieder rein? Das war's mit mir, Junge, weil ich den Sprung reingemacht hab, Junge! Ja, Pech gehabt, wenn man mit seinem blöden Tritt da immer übertreiben muss! Mein Gott! Soll ich die Siege hassen, du? Dir fehlt nur noch ein Sieg! Ja, dir zwei! Ja! Und jetzt natürlich Container! Natürlich! Wahrscheinlich gehst du da in das Ding rein! Machst den Pussy-Move, ja? Ey! Aber umsache, ich bin auch noch was runtergefallen! Ey! Das ist geiles Finale! Das ist geiles Finale fürs Video, Malon! Und Schacht! Was hat das jetzt nochmal? Oh, Scheiße! Okay, Malon, wir gehen nicht nach oben! Und wir stehen auch nicht am Rand! Wir machen's ganz schön fair, ja? Also, wir gehen nicht nach oben, weil das ist irgendwo ne Pussy-Taktik, so! Und man kann ja nicht verlieren! Was? Nein! Chi-Chi! 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 Ja, der ist ja nicht so!